Fahr an Silvester zwischen Feuerwerksfontänen und mach einen Trick dazwischen. Feuerwerksfontänen habe ich für euch besorgt. Nummer eins und Nummer zwei. Du stellst eine da hin und ich stelle eine hier hin. Für das Ziel ist es aber besser, wenn du ganz weit weg gehst, dass es geschützt ist, okay? Ich habe jetzt nur einen Versuch und muss schauen, dass ich genau dazwischen her, an wem ich das Trick mache. Fülle abziehen und go for it!